Klar, ein Dachdecker kann nicht bis 70 auf dem Dach stehen, aber vielleicht bis 68 eine Drohne steuern oder in der Ausbildung eine Rolle übernehmen. Vielleicht kann sich jemand leisten, will sich leisten, mit 60 aus dem Berufsleben auszuscheiden. Vielleicht ist Ruhestand aber für einen 66-jährigen anderen eine Drohung und keine Verheißung. Also wir brauchen einen individuell flexiblen Renteneintritt. Und ich erinnere mich gut an eine Szene während dieser Gespräche. Da trug Johannes Vogel, der für uns Berichterstatter im Bereich Rente, vor, Deutschland angesichts des demografischen Wandels müsse sich orientieren an skandinavischen Ländern, die einen solchen individuell flexiblen Renteneintritt möglich machen würden. Ich glaube, Schweden war ein Beispiel. Und dann trug Johannes Vogel das vor. Man sah bei den Gesprächspartnern plötzlich weiter geöffnete Augen. Offensichtlich machte der Vortrag Eindruck, Kopfnicken. Und dann sagte die Frau Bundeskanzlerin, also Herr Vogel, was Sie da vortragen, das ist ja hochinteressant. Das wäre ja eine beeindruckende Lösung, eine echte Modernisierung, was Sie da vortragen. Allerdings ist das auch eine sehr tiefgreifende Veränderung und sowas können wir hier nicht beschließen. Naja. Also, eine moderne, eine andere Sozial- und Rentenpolitik, die unser Land enkelfit macht und die dafür sorgt, dass die Menschen sich selbst in ihrer Biografie nach ihren Wünschen orientieren können. Das ist nämlich unser Versprechen. Wir wollen, dass der Staat sich daran orientiert, wie die Menschen ihr Leben führen wollen und nicht, dass die Menschen ihr Leben danach ausrichten müssen, was der Staat für Sie für erforderlich und sinnvoll hält.